. Ich wollte Schriftstellerin werden. Meine Mutter war alkoholabhängig. Ich habe mal geguckt und war eigentlich nur an zwei Tagen im Monat normal. Meine Cousine wohnt jetzt bei uns. Die Person nicht ganz gestört ist? Ich wohne jetzt bei meiner Tante. Wirklich echt. Ich schaue dir ins Gesicht und da ist nichts anderes als Unberechenbarkeit und eine Platzfolge. Wir müssen nämlich nicht adoptieren. Ich bin verrückt geworden und weiß alles nicht. Ich bin eine Kirschsaftschau. Ich habe mir auch einen Kaffee und auch eine große Kirschsaftschau. Ich bin ein W Untertitelung. BR 2018